Hm, würde ich sagen, erstmal die schlechten Nachrichten. Was sind die Guten? Ich werde es sehen, ob ich den Busten Gatleon habe. Jesus, das ist viel zu nehmen. Hey, Bounty Hunter, minde, wenn wir die anderen Gatleons hier mit Gene, und vielleicht können wir mit Lizzie spazieren, und nutzen die Zeit für einen kleinen Chat mit uns? Du weißt, du und ich? Unsere Lieblende? Unsere Lieblende? Unsere Lieblende? Oh, kein Problem. Achso, jetzt das hier? Oh, ja. So, aber ich würde jetzt mal sagen, wenn ich mich recht entsinne, das ist unsere aktuelle Aufgabe. Hey, listen, I'm sorry about being weird back there. It's just, well, there's something I need to tell you. Puh, this is, this is hard. Just give me a second. You got this game? Come on. What are you doing? Making it awkward. So, wir müssen unsere Schwester finden, Lizzie. Na, alles gut? Wir müssen erst mal wieder zurück, wir sind noch in den Slums. Maverick, einen wunderschönen guten Abend. Na, wie ist die Lage? Ich frag mich grad, warum er uns hierhin gespawnt hat. Eigentlich waren wir ja schon im Haus. Wie er auch links oben die Anzeige uns sagt. Das war nämlich die Geschichte von wegen... Wir müssen unsere Schwester suchen. Oh, 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 oh. Oh. Jawollo. Äh, zu? Was ist jetzt denn los? Achso. Ich geh zum Applebees. Achso. Applebees. Wo ist das denn? Da unten. Eintoffel. Wunderschönen guten Abend. Hä? Da. Wo ist denn das? Applebees. Hä? Nicht doof. Da kann man rein, hä? Ähm. So nicht. Jawoll, wieder die Labertasche dabei. He he. So. Und wie war der erste Arbeitstag der Woche? Also bei uns war es bisschen stressig. Aber im Endeffekt war alles okay. Aber ja. Wie das halt so ist in der Logistik. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Puh, das war knapp. Nebel. Also hier war kein Nebel. Gestern und vorgestern war ja strahlend blauer Himmel, ne? Richtig geil. Schöne warme Sonne, wo die Wohnung aufgewärmt hat. Und heute hat man die Sonne nicht gesehen. Da ist Applebees. Das war so eklig. Also als würde es regnen. Aber es hat halt nicht geregelt, ne? Es war halt einfach nur... Was lag da denn? Stofftiere. Ähm. Bewölkt. Bewölkt. Und dunkel. Und... Als um 12 Uhr Mittagspause war, habe ich zum Kollegen gesagt. Alter, da draußen sieht es aus wie um 7 Uhr heute Morgen. Da hat sich nichts getan. Da wirst du dann halt auch nicht wach, ne? Das ist... Ja. Ja. Ist halt so ne Sache. Willkommen zu Applebees. Table für 2? Right this way. Äh. Actually. We're wondering if someone named Twig is working today. He didn't shop for a ship. Sorry. Do you still want a table? Ähm. You know what? Maybe this is a good spot to talk. Äh. Yes. We will take a table. Okay. Fühl mich hin. Tada. Danke. So. Enjoy your meal. Your waiter will be with you shortly. Thank you. Mhm. Okay, listen. I'm sorry for making a sit here at Applebees. I know we're really focused on Lizzie and that's kind of the important thing. But would you mind if I kinda got something off my chest here with you first? Klar. Ähm. Ton vom Spiel hört ihr, ja? Ich hab ein bisschen, äh, am Mischpult rumgespielt. Date mit der Waffe, genau. Wie das so sein sollte im Leben. Immer ne heiße Waffe dabei. Okay, thanks. You know, it's just, you know, it's gonna weigh me down if I don't say something. Okay, so you remember what happened on my home planet, Gatlas? It got taken over by the G3, like yours. You know, all my people got enslaved. You remember that, right? You know all that, right? Sorry. Of course you do. What if it was, you know, just a little tiny bit tightly my fault? Okay, I can see you're at a loss for words. I know how it sounds. I'm not the only reason the G3 invaded Gatlas. I'm just the only reason they even knew about it in the first place. Hey there, welcome to Applebee's. I'm gonna be your waiter for the day. Can I get you started with one of our signature cocktails? Uh, not, not now, please. We're kinda busy here. Okay, sure thing. I'm gonna go ahead and get that in for you. Uh, thank you. Okay, bounty hunter. So let me explain. Gatlas was isolated on the far edge of an asteroid belt. We were completely untouched by the greater interstellar civilization. Just like your planet. But you know, I wanted out. Like I wanted to see the galaxy. I wanted to see what everything out there had to offer. That's when Rel Del Mar crashed his ship into our planet. He was this crazy smuggler. He'd been all over and he'd seen it all. And after I helped him fix his ship, he wanted me to be a part of his crew. You know? And he took me with them. And I'm back. Here we go. This is for you. Alright, now what were you thinking for an appetizer? Uh, I'm sorry. We're in the middle of something. Please. Knusprige, knochenlose Flügel. Dip aus Spinat und Artischocken. Oder Hühnchen Quesadilla. Ja, dann nehmen wir doch die Flügel, ne? Die knochenlosen. I don't know why I picked Applebee's to tell you this, but where were we? Okay. Oh, right. Um, obviously, a guy like Rel, you know, he had to deal with all kinds of shady customers. And well, you know, that led us to the G3. And Garmantius, you know, he'd never seen an alien like me. You know, a talking gun with endless firepower. And well, looking back, you know, I see how stupid I was. You know, I really do. But at the time, I couldn't tell. You know, I was being taken advantage of. I was going nowhere. No, everyone thought I was a fuck up. You know, I just wanted to prove to everyone that I could do something, you know? Open up. Here comes the appetizer train. Chuka-chuka-chuka-chuka-chuka-chuka-chuka-choo-choo. Thank you. I hope you like those. Now you better be ready to order that main course. Oh, yes. This has a nice ich den Krabbensalat. Geil. Ja, ja, du auch, ja. Habt ihr eigentlich mitgekriegt, dass wir gestern die höchste Zuschauerzahl hatten, ever? Nach dem Raid mit 18 Zuschauern waren wir bei, also laut Statistik, bei 32 Zuschauern. Wow. Und ich, ich habe ihn gebetet. In his dying moments, ich habe ihn alles gesagt. Ich habe ihn jetzt gesagt, wie ich mit Gatlas hatte, mit dem Kriminell, wie ich Garmantius und die G3 zu unserem Planeten, wie ich alle gebetet haben, Except Les Do It survived. Somehow. Die G3 muss ich ihm alive zu versuchen, seine Kraft zu nutzen. Gott, wenn wir ihn wirklich zurückkehren, du siehst mein Problem? Right? Like, I'm gonna have to tell the other guns what I did, you know, or else he'll tell them. All right, I'm back. Hope those tummies are ready for some yummies. Bon appetit. Dude, take a fucking hint. Can't you see we're in the middle of a thing here? Emotional thing. You know, this is important baggage shit we're dealing with here. Take a hint and get out of here for a second. Uh-oh, someone's feeling grumpy. Oh, wonderful. Now, what the fuck is happening outside? Oh, Lizzie. Don't follow us. Twig and I are in love and we're going to travel the galaxy and his space RV. Uh, actually, this is moving kind of fast. Help me, please. We gotta get to them. Da hat er nicht so Bock drauf. So, Moment. Rechnung. Oh, shit, yeah. I can't dine and dash. I love this place. Don't want to get blacklisted. Yep. Oh, fuck. Okay, this, this changes shit. This is bad. Oh. Jetzt hauen sie ab. Geh zurück nach Hause. Okay. I'm here live in downtown Blim City, where, as you can see, we've been invaded by violent and agitated G3-Cartel forces. What the hell? Probeio's toch. Oh. Hab ich gar nicht gesehen. Stay safe out there. Hey. Uh, so, I've got some more bad news. Uh, you're doing a stupid job with all the bounty hunting rights that you really were. So, I, I made some new commercials with you in them. You could drum up more business and, well, let's just say, they had your houses addressed and now the G3 knows where we are. So, they're attacking the house. So, get back here quick or they're gonna kill me and the other guns. Bye, man. Fucking bit. As if it couldn't get any worse. All is so schnell. Ich hab die andere Waffe nicht dabei zum Zeit verlangsamen. Die Musik. Die Musik. Get him out of the way. Okay. hört sich an als wäre dann noch jemand abstichen hi sofia i'm fine thanks and you cool sharpschützer da hinten gut er trifft mich nicht okay come on what are you doing we gotta get to the house thanks i'm trying my best oh 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 we're fighting everybody we just need to get home Woah Woah Yeah Woah, come on Would you stop fucking around? Gene could be in danger I can't believe I'm saying that Not really, Sophie, thanks I've got someone who will create them for me So as soon as there's a bit of time I will hand over my ideas and then they will be done But thanks Oh yeah, I've been here the whole time Don't worry, I'll keep your secret safe I'm not a snitch Die Musik ist einfach so geil, ne Oh Umgebaut Oh, was ist denn los? Überfallen sie die Stadt Woah 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 I have two oh-so-special people who are very worried about you Hehehehehe Turn your food feed and nobody has to get hurt Okay, okay Thanks, and you Take in the sights While we're getting shot at from every direction You know, now's the perfect time Where the fuck have you been? We haven't seen it Enough of this Thanks for coming back from me I Didn't deserve your help It's not your fault Well, no, you don't fuck that It is your fault You fucked up enormously But we'll deal with that later Please Fire up the warp core We're leaving Got it Hey, don't forget about us Yep What's the plan? Yeah The warp's ready, but Woah, what's the los? I'll handle that Can you pull off the Hennison maneuver mid-warp to juke them? Can I what? Do you make that up? Okay, thanks If I need any help I will contact you No worries Bounty hunter, bring me to the warp court What's out? There's no warp cairn Is this here? Better? Yep Gene, listen carefully And enter these exact coordinates 8 6 2 1 3 5 0 Zero Capital G Lowercase x Dash W W Capital Both C4 5 6 7 Capital 5 8 9 2 Dash 1 7 4 2 2 2 2 6 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 1 8 7 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 14 14 14 15 17 16 16 20 22 22 23 Das war unser Haus? Sehr schnell wird die Erde auch so aussehen. Wir müssen den G3 stoppen. B***h! Entschuldigung, niemand hat mir antwortet. Ich fragte, ob das unser Haus war. Wer? Wer? Gruppiere dich mit Gene neu, also wieder reingehen. Okay. So Gene, was geht da? Wie ist das da? Wir wollen nicht darüber sprechen. So schlecht, hm? Well, uh, don't get all depressed about it. We've still got more guys out there to kill. Let's powwow real quick. What? Look, I hate to be pushy, but are you ready for your next bounty? You know what, kid? Maybe you should get some rest. Let's save the bounty hunting for tomorrow. Head on upstairs. I'll take care of things down here. Okay. I hate to say it, but Gene's right. Let's get some shut-eye. We'll make this right starting tomorrow. Ich kann nicht weiter, jetzt. So, uh, what kind of stuff did you do in here? Like, anything gross? You have to tell me. Like, seriously, come on. We're best friends now. Alright, good night. Good night. Alright, you're finally up. Okay, let's get back to it, I guess, you know? I hope Gene has a lead on Lizzie. Let's go. Yeah, look who finally decided to wake up. You know how late it is? Because I don't. There's no sun on this dead rock of a planet. By the way, I got you a little something-something. A new suit upgrade. Extra overshield. Oh. You're welcome. Hey, wait a minute. Come on. Oh. Nice. Let's get to business. I've got something you like. You can breathe easy. I'll get right to it. I tracked down Lizzie's bio-signal. Oh, that's great. So she's alive. Don't worry. But she's on the boat, probably on our ship. So we have to act fast or we'll lose her. If you're ready, just step through the portal door. Alter. Okay. Sonst noch was? Naja. Und tschüss. Oh, cool. Was blubbert da hinten. I can't even tell if we're doing it right. We're aliens. None of our shit even lines up correctly. You could be pregnant and I would fucking wonder how that happened. My cum goes all over outside of your body. Well, okay. I don't know if it's good either. Your body is really confusing. God, I'm just so confused. Aren't we in love? You're asking me that? Dude, you're the one who dragged me out on this trip. I wasn't looking for anything serious. I just wanted to get laid. But even that turned out to be some weird fucking Hellraiser puzzle. Oh, shut up. Don't blame this on me. There's plenty of ways you could have figured out how to use my equipment, so to speak. Hey, sorry to interrupt. Oh, yeah. Thank God. You came just in time to save me. Me is who you came to save. Thank you. Fuck your sister, dude. Whoo. Cuckoo. Girls, am I right? Love is tough. What the fuck are you doing here? I don't know. We're a little worried about you. God, everyone needs to chill out. When have you smoked? You're a smoker now? Wait, what is it? Camels? Marlboro? 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 I don't know. What's it to you? What do you want? Ja. Es klingt, als hätten Tweak und du Probleme. Wir möchten, dass du nach Hause kommst. Oh, mein Gott. Du siehst wirklich aus. Wir gehen einfach. Uh, no shit. Yeah, wir schreien uns an. Du willst eine fucking Medal, um zu finden, wenn zwei Leute kämpfen? Okay, Einstein. Hey, du willst uns eine Parade oder so? Um zu finden, die most obvious shit? Okay, honestly, now it seems like the two of you are getting along. Yeah, that's the problem. Sometimes we're happy together. Yeah, if we just hated each other all the time, fucking, I wouldn't be here. And you'd be playing some Rockstar game, you fucking asshole. But we love each other. I don't know. I thought this would help. Just us getting away together. My old life's fucked. Everyone else is doing their own thing. I just wanted, I wanted to bang someone on a rock. Rockstar, Winnebago and Space. So sue me. Me too, Lizzie. Your body terrifies me in every way imaginable. But, yeah, me too. What? Wir möchten, dass du nach Hause kommst. Nichts, du siehst glücklich aus. Vielleicht kann ich helfen. Oh ja? How? Weiß ich nicht. Do and Tweak. Ihr solltet euch trennen. Do and Tweak. Ihr solltet zusammenbleiben. Ist mir egal. Komm einfach nach Hause. So, ich würde sagen, es solltet sich trennen. Ja, wie soll ich das machen? Ja, wie soll ich das machen? Du hast bereits entschieden, zu become ein weird alien-killing-expert. Don't strain yourself trying to be a dating-expert, too. Um, ja. No offense, aber du bist irgendwie in, Dweeb. Hey, nur ich kann mit ihnen sprechen. Und, ja, ich kann sie das so sagen. Und, ja, ich bin sorry, ich trage dich hier raus. Really, ich bin. Ich weiß, du nicht wollte. Aber ich wollte sicher, if we worked or not. Oh, ja, es ist cool. Ich forgive Sie. Ich denke, oh, oh, wirklich? Even after forcing you to leave with me? Ja, okay. Es ist gut, ja. Did you know I almost sold you out to the G3? They were offering, like, a lot of pesos to find out where you were. And that would have been way worse. What the fuck, Twig? You piece of shit. Wait, what? You're joking, right? No, ich wirklich almost did it. Like, ich habe mein Handy out and everything. If Lizzie hadn't dragged me on this trip, I probably would have. I'm not good. I'm a shithead. Lizzie shouldn't be dating me. Gene was right. And it's a little fucked up because he was being a misogynist, but he was actually right. I do suck. And I'm fine with it. That's just who I am. And I love it. So fuck off. Love it. Well, Jesus. I was about to do a whole thing about how we should take a step back and slow things down, but you know what? Fuck you, Twig. Yeah, yeah, Twig. Hey, thanks for coming to me. Seriously, it means a lot. Okay, enough. Let's go. You got it. Smell you later, Twig. Kann mich nicht bewegen. Nimm das Portal nach Hause. Ah, jetzt kann ich mich bewegen. Ach, das ist das Klo, wo so blubbert. Das sieht doch schon geil aus, ja. Das hat auf die Erde geklaut. Wenn ich da irgendwas anstellen. We're not coming back, Idiot. Sieht aus wie das Wohnmobil von Spaceballs. Er ist ein Möter. Halb Mensch, halb Köter. Oh. We're back. You're safe. Er, I mean, fuck you. And fuck you, too. Okay, happy reunion. Everyone's fine. Can we just get back to bounty hunting? Yeah, 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 yeah. Klug just sent over the data on Nipulon, so you can head out while I fix Lesduit. Did you, uh, know how much firepower this guy's packing? He's gotta be at least ten times as powerful as any of you other Gatlingons. Wait, you really think you're gonna be able to fix them? Yeah, yeah, I'll probably have them all patched up by the time you get back. You're serious? That, that, that soon? Yeah, don't worry about it, Ken. Your friend's gonna be just fine. Old Papa Gene watched a bunch of GooTube tutorials, and now he knows his way around cybernetics. That's, that's, that's great. It's, it's just... Go ahead. You don't sound too happy. You know how hard I've been working to save this guy? Fuck. Whew, okay. I guess it's now or never, Bounty Hunter. Can you set the other guns down on the table for me, real quick? It's now or never. Hey, everybody. I, I, I need to come clean about, well... This is way tougher than I thought. Spit it out! Yeah, spit it out! No, I, I can't. I, I, you're gonna hate me. Dad, we, we don't have secrets. We're a family! Well, hold on. I might decide to hate them. It's okay, Kenny. You can tell us. Oh, just fucking say it. Okay, fine. If you don't hear it from me, you're just gonna hear it from Les Do-It when he wakes up. Okay, what if I were to tell you that I'm the reason that G3 invaded Gatlas and enslaved our race? We'll be mad. I, I don't think I could get over it. Yeah, don't say that. You know what? It would really suck to hear you say that. Hey, come on. That's not true, right? No, no, no. That would be impossible. Hey, you do it a bit. Okay, well, there's, there's more to the story than just a... Oh, fuck. He's scrambling for words. It really is true. He really did cause the downfall of our civilization. Kenny, how? That doesn't even make sense. How could it be your fault? I left Gatlas before the G3 invaded. But, but how could that be possible? We didn't even have interstellar travel on Gatlas yet. I ran into an alien smuggler who crashed his ship on our planet and I was going nowhere and, and, and he took me with him on these adventures and it was supposed to be, you know, this fun, awesome thing and, but then we got mixed up doing the wrong job with the wrong crowd. Garmantius and the G3 and I accidentally led them right to Gatlas. It all happened so fast. I, I thought they killed Les Do It. I, I told him everything as I watched the light leave his eyes. I didn't know he, I didn't know he was going to survive. You mean you didn't think you'd ever have to tell us the truth? No, 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 that's not it, I, I... This is all sorts of fucked up, Kenny. I don't even know what to say. See, I'm not the biggest fuck up here. Not now, dude. Everyone, please. I'm sorry. I'm so sorry. I, I didn't know what I was doing. We're so close to taking down the G3. Let's just... Oh, okay. Let's just pretend you're not the reason everyone we know and love is dead, yeah? Sure. Easy. Done. What's next on the agenda? Forgive Garmantius too? Come on, that, 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 that's not fair. Don't fight, I'm sure we can all figure this out. No, Creature, he can't just drop that bomb on us and expect everything to be the same. I'm sorry. Look, I hate to be this guy, but we're running out of time. Nipylon may not stay where he is for long, so... I know things aren't... ideal, but... Yeah, 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 yeah. We'll finish the job. Then you're out of our lives, Kenny. Come on, Sweezy, you don't mean that. Ah, just pull yourselves together for this mission, at least. Your Professionals, your Bounty Hunters, act like it! Mhm, fine. Okay, yeah. Mmh, gather everyone up. It's time to get back on track. Nipylon just flew back into his drug lounge on Port Terrain. So we've got a strike now. Can you handle that? This month's at Grizy Felsons, Jokehole. Zubols! Okay, jetzt haben sie wohl Streit, die Waffen. With those airplane stacks. Wie sie weggucken. Gibt bestimmt lustige Gespräche jetzt, zwischen den Waffen. So. Weltner forschen oder die nächste Kopfgeldjagd starten? Ja, dann starten wir die nächste Kopfgeldjagd. Nipylon. I managed to get Liz to it back online. We'll be ready to fight Garmentuos. And for that, you're really gonna need those Earth coordinates. Nipylon should have them logged somewhere in his office, in that big drug lounge he runs. Find those if you can, so he can take the fight to Garmentuos back on your home planet and finish this. Okay, fine. Keep standing in front of the TV. I get it. You hate me and you want me to suffer. I can live with that. I'm an animal. I'm a flimpy, dimpy dude. You can only see him this month. Hm, was guckt der schon wieder? Jokehole. Ah, ja. Okay. Auf geht's mit Getöse. Von hinten. Okay, we just need to sneak in a Nipylon's Lounge. Let's try it. Can it, traitor? We'll handle this one. We don't want you selling us out. Kitty, do us all a favor and sit this one out. Hey, stop fighting. I hate it when everyone's fighting. We need to talk things over. In a healthy way. No, 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 no. We just need to cover ourselves in Goop again. It's not complicated. That's true. We should do that. But I also think we need to have a really fun time at the saloon. So go there first, please. Ah, whatever. It's up to you, bounty hunter. Okay. Hey. Fuck these critters. Blöden Viecher. Okay, erst mal saloon. Können wir machen, ja. Oh. Okay, creature. This was your big idea. What is there to even talk about? Thank you, everyone, for coming today to the inaugural big friendship meeting. First item on the agenda is... You don't have to do this, creature. No, no, I insist. Kenny doesn't deserve any of this hate, right, bounty hunter? Yep. Whoa, that's harsh, but fair, maybe. Wait, wait. This isn't going how I planned it in my head. Look, the bounty hunter gets it. They're about to lose their home tune. Honestly, I don't know how, but I bet that's Kenny's fault, too. No, no, stop it. I mean, let's be civil here. We're friends. Are we? Most of my friends don't trigger global genocides. Well, I don't know if that's the best way to phrase it. Oh, yeah? How would you phrase it, then? Lightly assisting a global genocide? I didn't know. I didn't know what would happen. Oh, fuck off. Like, that makes it any better. But he's also trying to stop it. He's trying to make things right. We all are. And it's not like he has much choice. You think he's doing this because it's the right thing to do, bounty hunter? Thank you, bounty hunter. At least you have my back. I have your back, too, Kenny. Yeah, thanks, creature. Yeah, but we don't. Yeah, we still hate you, Kenny. Creature, this isn't getting us anywhere. No, it's going perfectly. It has to be going perfectly, otherwise I'll be sad. Then be sad, creature. Tough shit. You can just blame Kenny if you want. Like we're doing, it's pretty easy. Can we just bail on this little group therapy session we got going on here and get back to the bounty, which is more important? Honestly, I'm right there with you. This is a lost cause. No, it's not a lost cause. Is it, bounty hunter? Nine. Yes, we will. Look, fine. Maybe. Maybe. But let's just deal with nipple line first, okay? Can we do that? Whatever. Are we done here? Can we go, bounty hunter? Good. So, ich will trotzdem mal kurz die Lautstärke checken. Oh, doch. Ist okay. Ah, äh. Ich sollte doch an der Mülltonne was gucken, ne? Was ist denn für ne Mülltonne? Was sind wir hier denn? Hier waren wir noch gar nicht. Oh, ich will return. Don't worry about it. Okay. Also, ich sehe hier keinen Müllcontainer. Also, ich sehe hier keinen Müllcontainer. Was sind wir? Bläck da. Komm. Neigal. war dann eigentlich der schleim verkäufer und wer ist das hee hee war das in drag town warte ja dann here we go again stimmt er war eigentlich in unserer stadt you're sick as can be looks like he's not gonna make it truth be told i don't think he'll ever be gooping anybody ever again unless we get him that medicine medicine oh no that's so sad that's breaking me up inside we'll help out however we can oh no way thank you so much wow that's so nice of you there's a special flower over there and uh the other side of terrine ravine but good luck getting over there cause that ravine is terrine through the valley if you know what i mean those damn mac and cheese brothers are taking forever to build the bridge i mean if you can get them to do their jobs then maybe we can get the flower and save my little guber i think we can make that happen no promises but we do a lot of really crazy stuff like all the time and it's usually fine well shit i don't want to give my hopes up but thank you so much okay und ich glaube wir müssen wieder über die schlucht auch und Ist das ein anderer Weg? Ist das etwa ein... Wie soll man sagen? Eine Hintertür? Ah ne, die sind jetzt da. Okay, so you're not leaving, are you? You're just fucking barging in. What do you want from us? We wanna cross! Let us cross! Well, tough luck! You think you own the world? You wanna get across the ravine? You gotta wait for us Mac and Cheese Brothers brothers to do our work. Yeah! Oh, that's a shame. There's really nothing we can do? No, sorry, pal. Listen, we got our own emotional shit right now. You know, we're on strike until Papa Mac and Cheese Brothers, you know, he comes back from that goddamn saloon in Old Town. And he tells us he loves us Mac and Cheese Brothers, his sons. Ah, yeah. Oh, I'm sure he does. Alright, listen, we just need to hear that he loves us. That's it. We ain't working until we find out, okay? Gut. Dann ab in den Saloon. Hey, we're the Mac and Cheese Brothers, yeah! You can't do shit. You're a piece of shit. So. Hello, friends! We're looking for Papa Mac and Cheese! Hm. Wer könnte das sein? Oh, ne Kiste. Hehe. Köttelwut. Diese zusätzliche Köttelwut fügt Gas-Primärschüssen mehr Feuerkraft hinzu und verleiht deinen Angriff in eine größere Streuung. Klingt gut. Ich frag mich nur. Ja, guck mal, die muss ich ausrüsten, die Dinger. Ist jetzt drin, ne? Okay. Gas hat nix. Fernzündermod. Mit dieser fängesteuerten Verstärkung kannst du Sweezys Kristalle per Nacht laden aus der Ferne zur Detonation. Ah, okay. Herzenssache. Okay. Oh, lass mal gucken. Upgrades. Ach so, das sind Dinge, die ich hab. Also schon drin hab, oder? Okay. Gegenstände. Ja. Warpscheiben. Diese Warpscheibe enthält die Koordinaten, um in ein Alien-Kino zu warpen. Das ist schon doch cool. Okay. Karten. Wie? Die. Doch. Wollte grad sagen. Wir haben doch schon Karten. Okay. Foren. Geplänkel in Blim City. Und so weiter. Okay. So. Wer von euch ist? Daddy. Mac & Cheese. Bist du Daddy? Hey. Hey, do you know Papa Mac & Cheese? Eh. Don't look at me. I mean, don't let him see you looking at me. Okay. Du? Hey, how are you? Do you know Papa Mac & Cheese? Never heard of him. And if I had, I'd keep quiet. Hey, do you know Papa Mac & Cheese? Hey, you there? Yeah? I'll tell you where Papa Mac & Cheese is. If you do this guy. What? No. Not me. Please pick anybody but me, please. Sure, yeah. Why not? You know the rules. Stand five feet apart. Count the tree. Then draw. Last man standing wins the fucking door. Come on, man. I don't wanna do this. Come on. It'll be fucking fun. Go on then. Get to your mark. Okay. Kann ich hier stehen bleiben, oder? What's the matter with you? You gotta stand on your fucking mark How can a fucking duel can't start? Or we could just skip it. Or we could just skip it. Yeah. Perfect. Here we go then. Jeez. I'll count you down. Shoot at each other on fucking draw, alright? Three. Alright, we got this. Two. I believe in you. I think. One. Fucking draw. Four. That's some quick trigger finger you got there, fuckface. Oh, thank you. Is he gonna be okay? Oh, yeah. He's dead. But it's fine. We hated him. He's a fucking piece of shit. Anyway, sorry about all that. We was just fucking with you. It's fun to do a whole Big Ten shootout thing, you know? Yeah. We love it. Anyway, I'm Papa Mac and Cheese Brothers. What can I do you for? Oh, uh, we met your kids over at the construction site. Oh, is that so? Yeah. And how are those good for nothing pieces of shit doing? They just sent us here to get the confirmation that you love them. That's it. But I hate them. They're shit heels. They ain't fit for the Mac and Cheese Brothers name. Wait, are you s- what? You don't really want us to tell them that. Yeah. Tell them I said I hate them and I hope they all fucking die. Now leave me the fuck alone. Uh, okay. I'm Papa Mac and Cheese Brothers. Oh. Oh, shit. Die fucked up. Die w Joker한 version. Wollte ich gar nicht. Oh. sorry noch mehr loot was geht okay was habe ich getan ja das war volles versehen mein finger war nervös aber echt ey so was sagen wir jetzt your dad loves you your dad hates you oder your dad is dead ich glaube your dad loves you your dad he loves you very much holy shit did he really say that yes he did oh my god i'm freaking out you guys he fucking loves us you hear that he up up a papa loves us god i can't handle whatever i'm feeling it is it is what is it is it is is this love is this what love is oh god i can't handle whatever this feeling is oh my god is this love jesus these guys need therapy but hey looks like we can cross now though so what in the fuu aggremisch ein Beef West Was macht ihr hier? Eine Kiste! Oh! Nein! Alter! Nein! Verdammt! Verdammt! Nein! Geht trotzdem da hoch. Okay, also da ist ein Loch. Vorsicht. Okay. Woah. Love is in the air. Nein, 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 nein. Geht her. So. Ah, ja. Lisi, danke, dass du mich abholen gekommen bist. Ja. Das denken sich die drei auf. Ah, die für Geräusche. Okay, ab zum Verkäufer. Da sehe ich eine Kiste da oben. Oh. Ich bin die Kiste. Wo ist es doch? Menschen. da oben sonne kiste das der scharfschütze da war der scharfschütze mächtiger badaboom bein gelaufen so kiste da oben wie auch für mich nicht hoch genug so was gibt es hier oh so ein kristall ich konnte die doch mitnehmen in einem anderen level cool runter mit dir habe ich aus Versehen jemand getötet dass die Musik vorbei ist ok da noch nicht ist nehmen wir mit also kiste und käfig baumarkt da oben sonne kiste oha so sprit 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 läuft und da ist noch ne kiste was war hier denn noch ne kiste da brauche ich die die da und rein da geht da rein geht da rein ok ok jawohl kronoleber dann ist das wohl eins das funktioniert also ohne irgendwas 14 von 27 kisten haben wir schon mal kurz gucken bevor wir uns wieder da oben seien und da ist glaube ich auch ein käfig die albernsten geschenke der galaxie schwoggi der schwoggi ist eine art neuauflage eines gags aus einer beliebten abendlichen sci-fi zeichentrickserie aber er ist in vielerlei hinsicht anders das verspreche ich zum einen hat dieser witz einen anderen namen zum anderen spielt er in einer völlig anderen kontinuität und welt darüber kann man sich nicht ärgern ja verstehe nicht so war hier eine kiste äh ein käfig könnte sein jawoll kurze lage checken oh 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 Jawoll! Erledigt! Oh! Was ist denn hier los? Ja, ne? Die kommen ja aus allen Löchern. So, dann. Das Geräusch kam mir bekannt vor. War das eine Kiste? Im Moment komme ich nicht so hoch. Okay. Auf zum Kollegen. Hi Mia! Na, alles gut? Ausgeschlafen! So. Na klar. Ja, bei mir auch soweit. Montag kalt, ne? Bisschen stressig auf der Arbeit. Übersteuert mein Mikro. Ich seh grad, ich bin voll im roten Bereich. Aber... Jawoll! Ging, äh... Ging ganz gut auf der Arbeit. Also... Ja. Alles viel zu weit. Aber wir werden voll geschleimt. Gib's mir! Gib's mir! Jawoll! Okay. Wow! Give it to me, baby. Nice and slow. So you're gonna be covered in shit for such a long time. That's great! Ugh! All this fucking work just to get covered in this shit again. Wow! You'll look great. Real goopy. Real shitty. Oh. Was ist mit dir? Hm. Okay. Ab in die Lounge. Okay, G3. Don't forget, we're in disguise. We don't have to fight. Oh. Was nehmen wir dann? Schrotflinte. Ja, komm, Schrotflinte. Bei dir auch ist alles gut gegangen. Das ist doch schön. Shit! Bist du start a fight? We will fight! We will fight! We will fight! We will fight! We just blow our... Komm doch! Oh! Oh. Woah-oh. Wise shoulders. Was geht? Well that's not fair. You're my swing. Okay. With a jackpot Filler. When did you get the cat you fuck? Woah-oh-oh-oh-oh. Wiseau-oh. Okay. Vielleicht nicht die beste Waffe. Das Nachladen dauert so lange. Oh, ho, ho. Die waren ja übel. Übel, übel. Sprach der Dübel. Und verschwand in der Wand. Ja, eigentlich blöd für mir, ne? Hab mich extra verkleidet als so ein Viech. Noch die Scharfschütze. Da. Komm, trau dich. Okay. So, wo muss ich hin? Was für eine Lounge? Da. Soll ich hier. Oh. Komm, runter. Yeah. Meiner. Da hat die Kiste. Da oben. Da müssen wir hier hin. Das passt ja wieder, ne? Oh, nein, das reicht nicht. Nein. Oh. Aber von hier müssen es reichen. Oh, ne, ne? Puh. Und lass. Jetzt. Tudum. Jetzt können wir da rein. Mal gucken, was uns hier erwartet. Okay. Das ist ne Lounge. Das würde ich mal so behaupten. Okay. Oh, ha. Ich ahne Schlimmes. Shit. This is actually working. If we don't make a scene, we might be able to walk right up to Nipulan. Okay. Ich gues da. Was sind das denn wieder für Viecher? Okay. Jetzt sehen wir die auch mal aus der Nähe. Was mit euch? Warum habt ihr euren Johnny ausgefahren? Oh, hier. Das ist doch Jabba the Hood. Die kleinen Schwestern. Oder Brüder. Von Jabba the Hood. Oder von Spaceballs Honeyball Pizza. Okay. Oh. Oh. What? machen die ja das würde ich behaupten dass das das sind doch alles johnny's mal die spur wo sie hinterlassen lässt auch darauf schließen noch kann ich nichts machen ich habe so das dumme gefühl dass wir uns daraus kämpfen müssen der maler hat aber verloren ja ich glaube das was anderes hätte ich keine schuhe an müsste ich angst haben schwanger zu werden und so ein teil will man glaube ich nicht in seinem bauch haben das ist der richtige johnny da kann sogar sprechen hatte hallo habt was kann sie nicht retten viel spaß habt ihr auch das gefühl dass man dem nicht trauen kann gott alle da finde ich doch nie wieder raus ich habe einen trögerkart Der Blick von der Waffe Oh die halten aber was aus Jetzt wird geballert Ich kam von da aber ich will noch mehr retten Oh kiste Gegenstand erhalten Die altesten Geschenke Heim und Nest Eines der führenden Lifestyle Magazine Für Gliederfüßer Aber glaub nicht dass du nicht Spaß daran haben kannst Wenn du ein Wirbeltier bist Erfahre wie du aus einem Gribble Einen Eintopf machst Oder wie du mit den Schuppen eines Hologroiden Die heimische Küche bereicherst Erstmal würde ich noch Noch mehr retten Kann ich nicht Die kann ich nicht retten Die kann ich nicht retten Oh Moni Strom Ansonsten könnte ich da hoch Okay Schaut blind Jawoll Der war geil Die schnellen wieder Der 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 If there's a next life, be a good guy! I guess joining the G3 was a big mistake, huh? No, we're going to go! Let's fuck it up! At least I can die! Oi! I'm not listening, shithead! Hehe, Scharfschütze? Da! This is fucking nice, isn't it? Er möchte ein Spiel mit mir spielen, da gebe ich dir recht! Oh, die Viecher! Komm! Schieß! Okay, abstechen geht nicht so einfach! Your life is way stronger than I thought you were! Okay! Ah, a wizard! A bit more time in the open! Should've never joined the G3, bitch! Oh! Jaja! So, jetzt können wir da hochklettern! Cool! Lidlidlidli! Kiste! Und Gegners! Oavr! Mr I'mن! Hey, noses z equals to go! Hmmmm-mm-mm-mm-mm-mm-mm. Ehhme, ehm-hm-mm-mm! Seiseral! So muss es laufen. So, kommen wir hier raus. Nee. Okay. Ah, komm, hier geht's weiter. Nee. Das Stück hört, das bringt mir wahrscheinlich nichts. Oder kann ich von hier auf die Rohre? Ja, kann ich. Oha. Oho, 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 Vorsicht. Du Scheiße. Oh. Was ist halt aufregend. Kiste. Da oben. Uh-huh. I hope you're still on my side, Bounty Hunter. Let's get it on. I know how to drive this time. Whoa. Oh. Are you fucking serious right now? Whoa. Oh. Aber so ein geiles Spiel, oder? Das wird ja immer geiler. Ich helf dir, Digga. Nein, ich kann dir nicht helfen. Wenn ich dich einfach töte, dich von dem Schmerz befreie, geht nicht. So. Okay. Für was? Oh Gott, Alter. Wo geht's da hin? Okay, wir finden's raus. Ah, nur dahin. Wo war denn die Kiste? Ich hab doch genau gesehen, dass da eine Kiste war. Von der anderen Seite. Ah, komm mal, jetzt ist grün. Trotzdem sehe ich keine Kiste. Die war doch hier auf dem Stockwerk, oder? Alter, da geht's da weit runter. Warte mal. Gehen wir mal da rüber. Ah, jetzt kann ich. Jetzt kann ich sie befreien. Jetzt, wo die Gegner erledigt sind. Da ist die Kiste. Adlerauge sei wachsam. Die Albertson Geschenke. Portal Schmiermittel. Oh Gott, will ich das lesen? Niemand denkt gerne an die dunklen Tage vor der Erfindung des Portal Schmiermittels. Man kam durch ein Portal und war dann mit Ausschlägen übersät. Oder es fehlten Gliedmaßen. Vielleicht kann man sogar ohne Haut an. Es war die Hölle. Jetzt benutzen wir alle jeden Tag Portal Schmiermittel. Einige Portale sind sogar schon mit Schmiermittel vorausgestattet. Und man kann es auch für Sex verwenden. Aha. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Das war ja harmlos. Okay. Gehen wir durch die Tür hinten. Wie hüpft's? Hallo. Anybody home? Ist das ein Bild von einem Kackhaufen? Ach, Helen schon wieder. Die Helen. Die verrät mich doch bestimmt wieder. Ja. Ich bin immer wieder. Ich bin immer wieder. Ich bin immer wieder. Musik. Oh, eine gute Idee. Wir müssen die Leger aufhalten. Wir haben etwas, das hier zu kommen. Okay, ich habe Batterien gefunden, brauchst also die Erde nicht zu retten. You don't think I'm sorry? Guys, not in front of Helen Oh, Don't mind me... I love overhearing, I call it the eerie canal Mama I don't know what I need to do to prove myself to everyone, but I'm sorry for my part in how things played out! I suffered too! I'm still suffering! Ugh, save the waterworks Let's just stop the G3 and then we'll never have to see each other again No holidays, no celebrations, no birthdays, no anniversaries, nothing! Das ist nicht was wir wollen! Das ist was ich will. Hm. Dann besiegen wir die... ...Nipolon mal. Ich schätze mal, dass es die hier... ...ein süßer Kakaofen. Um genau zu sein. Oder auch nicht. Okay. Hat was von E.T. ...und von dem Boss... ...von das große Krabbeln. Oh. 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 Olga. Oder? Ja. Alter. Oh. Egal. Wir töten sie alle. Wow. Was die Spielewerbung machen, oder? Oh. Let's just say you play 90 hours of Rocket League. Haha. Wow. Quite the autosports. Oh. Which one's the real or me? That's one of me. Move a little differently or something? Ah. Or maybe you want me to try you this color? I don't know. How are you putting it out? It's me? You all change the color. Hehehehe. Nee, nee, nee. Hey, can we get this over with? I gotta make the ride. A lot of guests coming in. Alter. Oh. What the hell? Oh, I'm talking. Hey, can we hurry up? What's up? I gotta take a break. You know, work-life balance. Whoop! Nice drive, loser. Hello. Hahaha. Hahaha. Geil. Hey. Can we finish it off? I gotta go Rob Elbows. Hahaha. 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 So hin und wieder treffe ich ja mal was, ne? Aber nicht so sehr, wie ich gern würde. I got this over with ... I'm a busy guy. Hahaha. Das is er. Also der mit der ganz anderen Farbe, nicht nur ein bisschen anders. Hallo? Hallo? Hello? die erde wohl im Bunsen Es geht darum, die Menschheit zu retten. Es geht aber um mich. Ich tue nur, was mir gesagt wird. Es könnte tatsächlich funktionieren. Ich meine, ich weiß nicht jemand anderes, der alles tut, um die G3 zu stoppen. Es könnte tatsächlich sein. Es könnte das richtige, was für dich zu tun. Oh mein Gott. Du bist wirklich die einzige Hoffnung der Menschheit, oder? Ja sicher. Wieder so ein Bauarbeiter von den Freggles. Falls die noch bekannt sind. Schießen kann ich nicht. Abgefahrenes Spiel. Ich sage es nur. Das sollte man rauskriegen, ne? Wie es ja weitergeht. Panzer. Panker. Ich begrüße die Vieh. Ja. Ja. Jawoll. Das my kind of Bildschirmschoner. Couch setzen. Naja. Sonst ist hier aber... Nix mehr, ne? Ah, guck mal hier. Das nächste Loch. Oh, guck mal hier. Oh, guck mal hier. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Oh ja. Oh ja. Oh, ja. Oh ja. Oh ja. Einfach rein ballern. Oh, wo ist er jetzt? Oh, ich sehe ihn nicht. Ich bin da. Oh, gleich habe ich ihn, gleich habe ich ihn. Wie lange lange kannst du dich auf deine Sanität? Es sieht aus wie du genug Probleme hast, nur mit deinem kleinen Band of Hero Guns zusammen. Wo, wo, wo du denn jetzt bist? Bounty Hunter, wo du denn, buddy? Oh, fuck, meine頭. Oh nein, ich bin wieder alleine. Oh, Bounty Hunter. Ich bin wirklich so froh, dass du dich wieder einmal hast. Du hast keine Idee, ich war wirklich verrückt. Oh, mein Gott, du findest mich. Dann haben wir hier noch. Dann haben wir hier noch. Dann haben wir hier noch. Fails noch der Fisch. Da. 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 Okay. Ist das geil. Voll abgefahren. Oh. Oh. Man. Oh. T質iener. Good toму. Seriously will Backu. Oh. Was ist mir egal, was das Leben noch habt? napool. unter den Weg Bridgenachforslemach. Jetzt bin ich mir자가. so сов obligation be эн punishing. Warte interessiert. Warte dummesh. Das gemacht habe. Wir illustrated. Ja, dummesh. Wir strangely aufge Kanton. Mit so película. Wir vì medications. Aber wir haben alle alle galM respectable. Wir ningeno. There is no way we're letting your big, big fucking mistake keep us from taking down the G3. So let's kick some fucking ass together. Yeah, that sounds good. Everything they just said sounded really good and smart. I love you all so much. You're the first real family I've ever had. Except for my little kids I spawned and shoot at bad guys. And the family I probably had before the G3 fucked with my brain and ruined all my memories. Let's do this, bounty hunter. As a family. Thanks everyone. Let's fucking do this. Alright, that's it. I'm gonna erase all your game data now. I can do that. It's easy. You'll have to start all over. Here we go. You ready? Sure. Tschüss mich. Okay. Did that work? No? Shit. You're still here? Yep. I don't actually know how to do that. Never mind. Forget this. Ja, ich flieg wieder hoch, ne? Oh, geil. Ich hab vier Arme. What are you doing? You're supposed to be spiraling into darkness. Oh, Gott, Alter. Ist das geil. Was ein krankes Spiel, ey. Bäm, Alter. Jawoller. Ja, das sieht tot aus. Hol dir die Erde-Koordinaten. Mach ich. Fuck yeah, Biatch. Ja, cool. Dann brauchen wir noch die DNA. Let's cut the Nipple off. Jawoll. What? Ich hab Dinge gehört. Alter, das gespritzt. So, Loot ist hier nix mehr. Das haben wir alles. Aber da war doch vorhin... Genau, siehst du, da war doch was. Dr. Gurgula. Okay, okay. Dann, ab nach Hause. Helena, willst du... Hallo? Helena? Weg. Tada. Ich kü Canvas ver. Wenn, ihr hat sie gehört. Nichts. fem-pre server. Jur do da. Ja. Interesse. Ich. Otwere. Ich. Ich. Vielen Dank.